du bist auch schon mal mitgefahren oder hallo zusammen und willkommen zu einer gemütlichen runde gta 5 ja mir und meinem geschätzten kollegen von nick der karte im helikopter fliegt ist ein bisschen das geld ausgegangen grund genug für uns mal wieder unseren motorhacktub rauszuholen und ein paar missionen zu machen viel spaß dabei hier unten ordentliches flugzeug ich denke nicht egal von mir so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020